Das ist die Kletterstrecke, knapp über dem Boden, also völlig ungefährlich, aber koordinativ sehr schwer. Alle Meter eine neue Aufgabe und damit kraftmäßig so eine Rundumbelastung oder Rundumkräftigung. Und das ist schon das, was man, ja viele Muskeln verwendet man da, die man normal überhaupt nicht kennt. Das ist die Kletterstrecke.